Die Steingutfliese ist nur 6 mm dünn. Das bedeutet weniger Material, weniger Energie bei Herstellung und beim Transport. Schlussendlich ist die Fliese deutlich leichter als eine herkömmliche Steingutwandfliese mit 9 mm Stärke, was später dem Fliesenleger die Verarbeitung der Fliese erleichtert. Die nur 6 mm dünnen Wandfliesen erleichtern den Fliesenleger die Arbeit und sind ein echtes Plus in Sachen Nachhaltigkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017